Lange galt das Stahlwerk als Herz der Stadt. Heute ist es Weltkulturerbe, Museum und Ort für Konzerte. Jahrzehntelang prägte vor allem ein Mann die Stahlindustrie an der Saar. Der Unternehmer Hermann Röchling. Hermann, ich sagte doch gleich. Charismatisch, ehrgeizig und machtbewusst war er ein Meister darin, wirtschaftliche und politische Interessen zu verbinden. Und polarisiert im Saarland bis heute. Die Saarländer feiern den Wiederanschluss an das Deutsche Reich. 15 Jahre lang war die Region dem Völkerbund unterstellt und in französischer Verwaltung. Jetzt nimmt Adolf Hitler das Land offiziell in Besitz. Die Heimkehr der Saar gilt als sein bisher größter Triumph. Und noch einer ist hochzufrieden, der Stahlunternehmer Hermann Röchling. Der Wiederanschluss gibt ihm die Chance, endlich mit der Konkurrenz im Ruhrgebiet aufzuschließen. 13 Jahre später. Das Blatt hat sich gewendet. Seit zwei Jahren hält im badischen Raststadt die französische Besatzungsmacht Kriegsverbrecherprozesse ab. Der prominenteste unter den Angeklagten ist der Saarländer Röchling. Sein Verteidiger Otto Kranzbühler erwartet ihn. Herr Kranzbühler, kommen Sie, Herr Röchling, hier entlang. Mehr als 20 große Strafverfahren werden von der französischen Militärverwaltung verhandelt. Die Anklage gegen Hermann Röchling lautet Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen den Frieden und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Doch der Stahlmagnat fühlt sich verkannt und weist jegliche Schuld von sich. 75 Jahre ist Hermann Röchling jetzt und steht vor dem Schabenhaufen seiner Existenz. Die Militärunterlagen aus der französischen Besatzungszone liegen heute im Nationalarchiv in Paris. Teile davon mit einer 100-jährigen Sperrfrist belegt. Der Historiker Hervé Jolie gehört zu den wenigen, die sich mit der Auswertung der Rastatter Protokolle beschäftigen. Rastatt ist der große Wirtschaftsprozess, denn das Röchling-Werk war das Wichtigste des Saargebiets. Dazu ein Industriekonzern, der bei der Besetzung Frankreichs eine wichtige Rolle spielte. Vor allem durch den Chef, der Hauptinhaber und Namensgeber des Unternehmens war. Röchling war der Krupp des Saarlandes, eine Symbolfigur. Und genauso wie die Amerikaner in Nürnberg Krupp den Prozess machten, hatten die Franzosen mit Röchling ihren eigenen Krupp. Die Röchlings sind schon im 19. Jahrhundert eine einflussreiche Saarbrücker Handelsfamilie. Die Brüder Theodor, Ernst und Karl spezialisieren sich auf Eisen, Kohle und Stahl. 1881 schreibt Karl Röchling seinem Bruder, er habe für 270.000 Mark eine Hütte in Völklingen gekauft. Ein stillgelegtes Eisenwerk. Eine kluge Investition, denn die Hütte liegt nicht nur direkt an der Saar, sondern verfügt über einen eigenen Anschluss an die Bahnlinie Saarbrücken-Trier. 100 Meter vom Bahnhof lassen die Röchlings die ersten Hochöfen bauen. Bis heute prägen sie die Silhouette der Stadt. Um 1900 sind die röchlingschen Eisen- und Stahlwerke der Stolz des Saarreviers. Innerhalb kürzester Zeit wurde diese Völklinger Hütte größter und wichtigster Eisenträgerproduzent im Deutschen Reich. Da ging es dann hier in Völklingen los. Und ich sage mal, die Produktion von Eisen und Stahl unter der Möglichkeit, dass da Menschen nach der Uhr arbeiten müssen, war eigentlich von Anfang an keine Tätigkeit, die mit irgendwelchen großen Schmusesympathien verbunden war. Da ging es um hartes Tagwerk. Die Lohnarbeit lockt Menschen aus der ganzen Region. Die meisten lebten bisher von der Landwirtschaft. Jetzt prägt der Rhythmus der Hütte den Alltag ihrer Familien. Die Zukunft seiner Söhne plant Karl Röchling generalstabsmäßig wie seine Investitionen. Sohn Hermann ist zwölf Jahre alt, als sein Vater die Hütte kauft. Hermann Röchling war ja an der Natur sehr interessiert, hat wohl gerne geforscht. Er konnte sehr gut schreiben, er hatte eine künstlerische Ader. Er hätte sicherlich eine ganz andere, erfolgreiche Karriere auch einschlagen können, wenn die Hütte nicht vorgegeben wäre. Auf die Mensur zum Ehrenschlag. Auf die Mensur. Fertig. Los. Und so läuft seine Ausbildung wie vom Vater bestimmt. Während der Schulferien im Stahlwerk und dann geht es 1891 nach Heidelberg zum Studium. Hermann wird Mitglied im Studentenchor. Für junge Männer seines Standes ein Muss. Halt! Der doppelte Schmiss wird zu Hermann Röchlings Markenzeichen und verkörpert seine vaterländische Gesinnung. Als Hermann 24 ist, schickt ihn Vater Karl auf Studienreise ins gelobte Land des Industriezeitalters. Dort ist man bei der Eisen- und Stahlerzeugung weiter als in Europa. Vor allem der Osten verfügt über enorme Rohstoffvorkommen. Der wissensdurstige Hermann führt Tagebuch. Die technischen Prozesse, Transport- und Wiederverwertungsmöglichkeiten fesseln ihn. Überall verschafft er sich Zugang. Beobachtet, notiert und skizziert bis ins Detail. Er hat sich ganz speziell für Sachen interessiert, die in Europa von Belang wären. Und das zeigte sich dann, dass Sinteranlage zum Beispiel, also die IT-Stäube zu sammeln und wiederzuverwerten und andere Verfahrensweisen, die er direkt zeichnerisch festgehalten hat, eben natürlich das Spionage waren. Es war Ausbildung und er hat vieles davon wirklich brauchen können. Um ihren wachsenden Rohstoffbedarf zu sichern, lenken die Röchlings ihren Blick Richtung Frankreich. Karl Röchling erwirbt Erzfelder im rohstoffreichen Lothringen, dem Teil, der 1871 vom Deutschen Reich annektiert worden war. Zusätzlich bezieht er Erz aus dem französischen Teil. Aus den USA zurückgekehrt, wartet auf Hermann eine Herausforderung. In Diedenhofen soll er den Bau eines Hochofenwerks in die Hand nehmen. Nach seinem Vater wird es Karlshütte genannt. Hier setzt Hermann die in den USA gewonnenen Kenntnisse um. Das war sein Baby. Das war das, was er als junger Mann aufbauen durfte. Er bekam von seinem Vater, das muss man sich einfach vorstellen, im Alter von 24, 25 Jahren, die Aufgabe, baue jetzt mal auf die grüne Wiese ein Stahlwerk. Das ist eine Leistung, sagenhaft. Und das war natürlich eine Geschichte, mit der er sich sehr identifizierte. Die Karlshütte wird Hermanns erster großer Erfolg. Er verliebt sich in Theodora Müller aus Metz, selbstredend eine gute Partie. Ihr Vater ist Generaldirektor der Montangesellschaft Lothringen. Das verspricht beste Verbindungen und eine üppige Mitgift. Röchlings Zeit in Diedenhofen interessiert auch Staatsanwalt Paul-Julien Doll. Ruhe im Saal. Herr Röchling, Ihre Frau war Französin? Sie stammte aus Lothringen. Sie war also Französin? Wie würden Sie Ihr Verhältnis zu Frankreich beschreiben? Meine Familie hat schon seit vielen Generationen Beziehungen zu Frankreich gehabt. Friedliche Beziehungen zu Frankreich, das ist eine Lebensnotwendigkeit. Lothringen jedoch, das war für Röchling nicht Frankreich. Irgendwo war es schon der Erzfeind. Denn die Franzosen haben uns das ja immer wieder streitig gemacht. Da gab es ja immer wieder Krach. Es waren halt, es war halt verfeindet. Absolut. Aber meine Großmutter, die mochte eigentlich die Franzosen sehr gerne. 1898 beordert Karl Röchling Hermann zurück an die Saar. Der ältere Bruder Richard ist gestorben und Hermann übernimmt in Völklingen seinen Posten als Direktor. Mit seiner kleinen Familie bezieht er eine Villa unweit der Hütte. Karl schickt jetzt Sohn Robert nach Diedenhofen. Nur ungern überlässt Hermann dem Jüngeren sein Werk. Hier bist du. Ja. Hermann, wir müssen reden. Gleich, Robert. Hermann! Ich sagte doch gleich! Der Einzelne ordnet sich dem Wohl des Unternehmens unter. Gemeinsam mit dem älteren Bruder Louis nimmt Hermann den Ausbau Völklingens in Angriff. Die Zahl der Arbeiter wächst. Zu den Vätern kommen die Söhne. Die Schichtarbeit ist schwer und gefährlich, bis zu 15 Stunden am Stück. Doch keiner lehnt sich auf. Auch sozialdemokratische Ideen fassen in Völklingen lange nicht Fuß. Von seinem Vater übernimmt Hermann die Haltung gegenüber den Beschäftigten. Fürsorglich und ein strenger Patriarch zugleich. Oft taucht er unangemeldet im Werk auf. Politische Diskussionen duldet er nicht. 1907 feiern die Eltern goldene Hochzeit. Karl Röchling zieht sich langsam zurück. Das Familienoberhaupt stirbt drei Jahre später. Hermann Röchling ist 35. Endlich kann er die nötigen Innovationen ungebremst angehen. Er holt qualifizierte Ingenieure ins Werk. Zahlreiche Patente tragen auch seinen Namen. Hermann investiert zudem in Gasgebläsemaschinen. Sie werden mit Gas aus den Hochöfen betrieben. Das Wiederverwerten von Abfallstoffen beschäftigt ihn zeitlebens. Hier ist wirklich in vielen Bereichen Geschichte, Innovationsgeschichte geschrieben worden. Der Wasserhochbehälter, der erste Großbetonständerbau in Europa. Die Sinter-Anlage, wo wir unser UNESCO-Besucherzentrum haben, war damals die größte und innovativste Recyclinganlage für Eisenstaub in der Welt. 1911 lässt Hermann Röchling eine Hängebahnanlage zur Beschickung der Hochöfen bauen. So, wie ihr sie aus den USA kennt. Die Hängebahn überbrückt die 27 Höhenmeter zu den Hochöfen. 350 Lohren befördern Erz und Koks auf die Gichtbühne. Sechs Hochöfen entstehen bis 1916 auf engstem Raum. Die modernsten an der Saar. Doch mit nur halb so viel Kapazität wie die Hochöfen an der Ruhr. Von der Gichtbühne werden sie beschickt. 1450 Grad machen aus Koks und Erz schließlich flüssiges Eisen. Die Bindung von qualifizierten Arbeitern verlangt auch soziale Strategien. Hüttenarbeiter fielen nicht vom Himmel, sondern man musste sie ja erst mal formen. Aus den vielen Bauern, die aus dem Hochwald kamen, in Holzschulen. Die einen gingen in die Gruben, in die Bergwerke, die anderen gingen in die Hüttenwerke. Und die hat man sich eben ausgebildet, für alle die vielen einzelnen gefährlichen Arbeiten, die es auf der Hütte gab. Und das hat Geld gekostet. Und das wollte man natürlich nicht verlieren. Für ihre Arbeiter lassen die Röchlings ein modern ausgestattetes Krankenhaus errichten. Sogar mit einer Säuglingsstation. Es gibt eine Milchküche, Kindergärten und eine Schwimmanstalt, in der klein und groß schwimmen lernen können. Am 31. Juli 1914 verkündet Wilhelm II., man habe den Deutschen das Schwert in die Hand gedrückt. Der Erste Weltkrieg beginnt und im ganzen Land werden Truppen mobilisiert. Aus Völklingen ziehen die Männer begeistert in den Kampf. Auch Rittmeister Hermann Röchling. Doch als Stahlindustrieller wird er mehr gebraucht. 1915 kehrt er zurück an die Heimatfront. Seit Kriegsbeginn verfolgt er ein Ziel. Eure Exzellenz, erlaube ich mir angesichts der rasch fortschreitenden Aktionen unserer Armeen, nachfolgend die Idee bezüglich einer Grenzverschiebung nördlich Metz zu unterbreiten. Bei einem neuen Frieden mit Frankreich sollte der Fehler, der im Frankfurter Frieden bezüglich des großen Erzbeckens gemacht wurde, in Ordnung gebracht werden. In dem Erzgebiet wohnen heute fast nur Italiener, Elsass-Lothringer und Polen. Leute, die durch Deutsche zu verdrängen sind, wie die Entwicklung in Deutsch-Lothringen gelehrt hat. Er hat die Deutschen sicher für das überlegene Volk gehalten, also ganz besonders mal im Vergleich zu den Franzosen. Sein Anwalt, der Kranzbühler, hat das mal so formuliert. Ja, er hat die Franzosen schon respektiert, aber hat sie doch immer für sehr viel weniger tüchtig gehalten als die Deutschen. An der Heimatfront agiert Hermann Röchling als berechnender Geschäftsmann. Unverzüglich lässt er die Völklinger Hütte auf Geschossproduktion umstellen. Bei den Rüstungsaufträgen will er ganz vorne mitmischen. Er produziert den größten Teil des benötigten Stahls für die neuen Helme, die ab 1916 jeder deutsche Soldat trägt. Um ausreichend liefern zu können, lässt Röchling im besetzten Frankreich Fabriken demontieren. Zum Teil ist er ja selbst vor Ort gewesen und hat die Maschinen ausgesucht. Er hat das gebraucht, sein Werk hat das gebraucht, das Vaterland hat es gebraucht, das Militär hat es gebraucht, also wurde es gemacht. Und wenn die Franzosen da nicht gespult haben, dann musste man sie dazu bringen zu spuren. In Völklingen herrscht Arbeitskräftemangel. 40 Prozent der Arbeiter sind im Krieg. Jetzt müssen die Frauen ran. Doch das reicht nicht. Hermann Röchling fordert Kriegsgefangene an. Er bekommt Russen und Italiener, dazu zwangsverpflichtete Zivilpersonen aus Belgien. 1.400 Verschleppte insgesamt. Ich nehme an, dass es für ihn ein Ausdruck unternehmerischen Weitblickes war. Und für ihn war es ja immer wichtig, dass er an der sogenannten Heimatfront sich bewährt hat. Also draußen an die Soldaten an der Militärschen Front und die Unternehmer, die Produzenten und natürlich die Menschen, die hungern mussten an der Heimatfront. Nach vier Jahren ist das Schlachten vorbei. Bilanz? Fast 20 Millionen Tote. Frankreich und Belgien verwüstet. Die Franzosen holen sich die besetzten Gebiete zurück, auch Elsass und Lothringen. In den Städten werden die Kaiserdenkmale zerstört. Im nordfranzösischen Amiens werden Robert und Hermann Röchling der Demontage angeklagt. Robert wird in Diedenhofen verhaftet. Doch Hermann kann sich dem Zugriff der Franzosen entziehen. Mit dem Versailler Vertrag verändert sich die politische Landschaft grundlegend. Das neu geformte Saargebiet wird vom Deutschen Reich getrennt und dem Völkerbund unterstellt. Zwischen dem Röchlingwerk und dem Reich liegt jetzt nicht nur eine Staats-, sondern auch eine Zollgrenze. Die Karlshütte in Lothringen ist verloren. Die in Völklingen untersteht der französischen Verwaltung des Saargebiets. Trotzdem schafft Röchling es, Teile des Unternehmens ins Ausland zu verlagern. Französische Soldaten sind im Saargebiet überall und ständig präsent. In der Hütte beginnt es zu rumoren. Wie andernorts auch, fühlt sich die Arbeiterschaft nach dem Sturz der Monarchie und der November-Revolution zunehmend selbstbewusst. Doch in Völklingen wird die Produktion nach dem Krieg heruntergefahren, ein Teil der Hüttenarbeiter entlassen. Lohnkürzungen setzen denen, die bleiben, schwer zu. Sozialdemokraten und Kommunisten gewinnen an Einfluss. Ab 1919 kommt es häufiger zu Streiks. Zum ersten Mal muss die Industrie Zugeständnisse machen. Das Recht auf Urlaub und die Bezahlung von Überstunden. Stahl wird nach dem Krieg überall gebraucht. Das ermöglicht den Saarhütten den Absatz nach Frankreich zu fast jedem Preis. Und als 1924 im Ruhrgebiet gestreikt wird, ordert Röchling Koks und Kohle in England und kann die Ruhrindustrie ersetzen. In Völklingen zeigt sich Hermann Röchling als Gönner und finanziert zum großen Teil den Neubau der Evangelischen Versöhnungskirche. Das Deckengemälde aus den 1930er Jahren ehrt den großzügigen Spender. Zu Christusfüßen befinden sich Hermann Röchlings Vorväter sowie die Kirchenleute und Baumeister. Und natürlich ist auch die Hütte verewigt. So sichern sich die Röchlings auch als Mäzene ihren Einfluss in der Region. Zudem agiert Hermann Röchling als Vertreter der liberalen Volkspartei. Ich glaube, er hat mitbekommen, dass man zwischen Politik und Wirtschaft gar nicht groß unterschieden hat. Das waren eigentlich zwei Seiten der Medaille. Also wenn man in der Form als Schwerindustrieller tätig war, dann war man automatisch auch irgendwie politisch vernetzt oder man hatte keine Chance. 1926 tritt das Reich dem Völkerbund bei. Politisch stehen die Zeichen auf Versöhnung. Das Unternehmen wächst zu einem international tätigen Konzern. Im Völklinger Werk steht ein Wechsel an, nachdem auch Bruder Louis Röchling verstorben ist. Hermann teilt sich seither die Geschäfte mit dem von ihm verachteten Bruder Robert. 1929 entschließt er sich dann, den Jüngeren mit 600.000 Reichsmark auszubezahlen. Robert Röchling akzeptiert und zieht sich aus dem Familienkonzern zurück. Hermann ist nun Alleinherrscher über das Völklinger Werk. Ende 1929 erreichen die Auswirkungen des New Yorker Börsencrashs Europa. Bankenschließungen, Firmenzusammenbrüche und Massenarbeitslosigkeit. Im Gegensatz zur Bevölkerung bekommen die Unternehmer im Saargebiet die Weltwirtschaftskrise vergleichsweise wenig zu spüren. Anfang der 1930er Jahre herrscht Hermann Röchling nicht nur über ein expandierendes Werk. Auch der politische Einfluss des Stahlmagnaten wächst. 1935 steht die Saar-Abstimmung an, die der Völkerbund festgeschrieben hat. Hermann Röchling macht sie zu seiner Chefsache. Als Abgeordneter im Landtag engagiert er sich für die Wiederangliederung an das Deutsche Reich. Als Politiker agitiert Röchling gegen die Franzosen. Als Unternehmer macht er mit ihnen Beschäfte. Frankreich baut ab 1930 sein Bollwerk gegen die Deutschen, die Maginot-Linie. Wenn die Maginot-Linie gebaut wird und Stahl gebraucht wird und Beton gebraucht wird, hat er es geliefert. Das ging ja in seine Kasse. Dass er dann nachher mit eigenen Granaten wieder zerschießen muss, war vielleicht durchaus absehbar. Aber wenn man jetzt zynisch ist, kann man sagen, geht auch in seine Kasse. Aber ich glaube nicht, dass er es wirklich so gedacht hat. Aber da ging es jetzt um die Frage wirtschaftlichen Erfolgs und das war ganz oben. Ende März 1933 reist Hermann Röchling nach Berlin. Gerade wurde Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt. Für Röchling der Mann der Stunde. Er will mit Hitler über die Bildung einer Einheitspartei an der Saar sprechen. Einer Verbindung zwischen Zentrum, Volkspartei, NSDAP und bürgerlicher Mitte. Nur mit ihr sei die Abstimmung zur Rückkehr des Saargebiets ins Deutsche Reich zu gewinnen. Sie können jetzt rein. Folgen Sie mir. Hitler war der Heilsbringer, erst mal. Er führt das Reich wieder zu alter Größe und einigt die Deutschen und sichert den Lebensraum. Aber Freund, er ist ihm insgesamt, glaube ich, fünfmal begegnet zwischen 1933 und 1945. War dreimal im Führerhauptquartier und hat immer die Gelegenheit benutzt, wird seine eigenen Konzerninteresse oder Arbeitskräftenachschub, Rohstoffnachschub und so weiter, dann dort anzumelden. Herr Röchling, warum sind Sie 1933 nach Berlin gefahren? Seit 1919 habe ich Beziehungen zu allen deutschen Regierungen und zu allen deutschen Reichskanzlern gehalten. Ich habe keinen Grund gesehen, warum ich nicht auch mit Hitler Fühlung aufnehmen sollte. Meine Partei, die liberale Volkspartei und katholische Kreiser des Saarlandes hatten mich darum gebeten. Aber diese Fühlung nahm es Ihnen in keiner Weise mit Unterstützung oder mit bedingungsloser Anerkennung der politischen Grundsätze gleichzusetzen. Das Bündnis gelingt. Und Hermann Röchling zögert nicht, seine eigene liberale Volkspartei der Deutschen Front zu opfern. Der Saar-Wahlkampf muss gewonnen werden. In den letzten Monaten vor der Wahl wird die Stimmung im Saargebiet immer angespannter. Die Deutsche Front steht. Als Kommunisten und Sozialdemokraten sich endlich einigen, ist es zu spät. Gegen die Deutsche Front richten sie nichts aus. Hermann Röchling hat diesem Bündnis ein Gesicht gegeben. Er hat natürlich Druck ausüben können in seinem Werk. Also wer da Ansätze zu Status Quo gemacht hat, der hat seinen Job riskiert. Die Devise der Deutschen Front? Maul halten. Ausschreitungen könnten zur Ungültigkeit der Wahl führen. Mit Hilfe von Goebbels Propagandaministerium ist die Deutsche Front medial omnipräsent. Kommerzienrat Röchling vor dem Wahllokal. Also ganz richtig, die erste Bewerbpflicht ist es maul halten. Selbstverständlich, Herr Kommerzienrat. 90,5 Prozent der Saarländer stimmen für den Anschluss an das Deutsche Reich. Röchlings Kalkül geht auf. Er hat sein Ziel erreicht, letztendlich mit dem Abstimmungsergebnis. Und für ihn hat sich das ja auch ausgezahlt, zunächst mal, auf politischer und auch auf wirtschaftlicher Ebene. Die Röchlingschen Eisen- und Stahlwerke sind jetzt ein nationalsozialistischer Betrieb. Den neuen Machthabern empfiehlt sich Röchling auch als Waffendieferant. Die Arbeitskraft der Gefolgschaft stellt er ganz in den Dienst Hitlers. Unmittelbar nach der Machtübernahme an der Saar setzt die nationalsozialistische Gleichschaltungspolitik ein. Rund 8000 Menschen verlassen das Saargebiet. Juden, Oppositionelle, Gewerkschafter. Viele fliehen nach Frankreich. Völklingen steht im Zeichen des Hakenkreuzes. Hermann Röchling übernimmt die Sprachregister der Nazi-Propaganda. Im Westen sehen wir die Entwicklung in Frankreich immer mehr zum Bolschewismus übergleiten. England, das bis in die höchsten Kreise verjudet ist, hat viel zu viele Hemmungen, um sich auf unsere Seite zu stellen. Das Fazit dieser Überlegungen ist, dass der Krieg fast unvermeidlich ist. Da war er mit Hitler einer Meinung, denn Hitler meinte ja auch, er müsse Europa vom Bolschewismus retten. Ob das jetzt bei der Intervention beim Spanischen Bürgerkrieg war oder beim Angriff auf Frankreich oder beim Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion. Das hat sich Hermann Röchling zu eigen gemacht. Und da ist er dann eben einer, der im Kielwasser fährt. Krieg, das Wissen deutsche Eisen- und Stahlunternehmer, bringt Rüstungsaufträge. Und Röchling wittert noch andere Chancen. Der Blitzkrieg im Westen bietet 1940 die Möglichkeit, wieder an die französisch-lothringischen und belgischen Bodenschätze zu kommen. Nach der Kapitulation Frankreichs wird die ostfranzösische Schwerindustrie an deutsche Konzerne verteilt. 1942 wird Hermann Röchling zum Vorsitzenden der Reichsvereinigung Eisen ernannt. Alfred Krupp, der Stahlbaron des Ruhrgebiets, ist sein Stellvertreter. Röchling ist in die höchsten Führungskreise der deutschen Rüstungsindustrie aufgestiegen. Dort kann er auch seine Interessen als Generalbeauftragter für Eisen und Stahl in Lothringen und Mörte-Moselle voranbringen. Er war ja immer trotz allem seiner Ambitionen immer zu kurz gekommen und ist nie wirklich belohnt worden dafür aus seiner Sicht. Er ist dann immer in diesem kleinen Völklingen hängen geblieben und nicht die große Weltpolitik. Und jetzt wird er plötzlich mit 70 auf die Bühne gesetzt und darf plötzlich Hermann Göring da in die Schranken weisen. Und das war für ihn natürlich eine ganz späte Würdigung. In Völklingen und Wetzlar produziert Röchling jetzt für die Wehrmacht. Geschützrohre, Stahlbleche für Flugzeuge, eine bunkerbrechende Spezialgranate und Kanonenrohlinge. Hinzu kommt 1943 die Produktion der V3, fleißiges Lieschen genannt, eine Massenvernichtungswaffe, gebaut um London zu beschießen. Vor ihrer Fertigstellung wird sie von alliierten Bombern zerstört. Hermann Görings Geschäfte laufen. Die Hütte kam an erster Stelle. Da kam lange nichts. Und dann kam die Familie doch. Das war ihm schon auch wichtig, aber die Hütte war ihm wesentlich wichtiger. Vor allem die männlichen Familienmitglieder werden eingebunden. Schwiegersohn Hans Lothar von Gemmingen, Vater von Ingeborg Gußmann und Sohn Karl Theodor. Wegen seiner zahlreichen Funktionen ist Hermann Röchling kaum noch im Saargebiet. Mit seinem Piloten fliegt er fast täglich kreuz und quer durch Europa. Doch der Krieg schafft in der Hütte auch Probleme. Die Männer sind an der Front. Röchling muss sie ersetzen. Schon 1940 werden die ersten französischen Kriegsgefangenen nach Völklingen gebracht. Billiger Ersatz für die Arbeiter an der Front. Herr Röchling, Sie haben in den Werken, deren Verwaltung Sie inne hatten, Kriegsgefangene und Deportierte beschäftigt und Sie mit Härte zur Arbeit zwingen lassen. Haben Sie, Herr Röchling, bei gelegentlichen Gängen durch Teile der Hütte nicht feststellen können, dass Fremdarbeiter misshandelt wurden? Ich habe nichts davon gesehen und ich habe auch nichts davon gehört. Und wenn ich es festgestellt hätte, dann wäre es den Betreffenden schlecht ergangen. Ich hatte damit begonnen, eine Steigerung der Stahlproduktion durchzuführen, um zu verhindern, dass Deutschland den Krieg aus Mangel an Eisen verliert. Wenn ich diese Aufgabe damals nicht mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln angepackt hätte, wäre ich mir wie ein Vaterlandsverräter vorgekommen. Auch vor Verschleppungen macht er nicht Halt. Es war nicht ganz ungefährlich in Nancy, über die Straße zu gehen als junger Mensch, denn da könnte man ganz schnell in einem Zug landen, der nach Völklingen führt und dann hier in der Kuckerei endet. Und so ist das vielen Leuten ergangen. Als Vorsitzender der Reichsvereinigung Eisen ist Hermann Röchling einer der Wegbereiter für die Verschleppung von Zwangsarbeitern aus den besetzten Ostgebieten. Darunter auch Frauen. Eine Überlebende aus der Ukraine erinnert sich. Die Deutschen bestellten mich auf die Kommandantur. Ich war in der Partei aktiv, im Kommunistischen Jugendverband. Die hatten Listen, da waren sämtliche Jugendliche erfasst. Wir waren lange unterwegs. Niemand wusste wohin. Sie brachten uns weg und Schluss. Die Verteilung der Zwangsarbeiter kann Röchling jedoch nicht allein bestimmen. Bald schuften rund 70.000 Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene im Saarrevier. 12.000 in der Völklinger Hütte. Die Zustände in den röchlingschen Wohnlagern, Ostarbeiternlagern, waren landesweit berüchtigt. Sie sind öfter kontrolliert worden von Vertretern der Arbeitsverwaltung, die dann das hinterher moniert haben. Und das ist also im Direktorium von der Völklinger Hütte zur Sprache gekommen. Und der Finanzdirektor hat sich echauffiert. Ja, wieso? Wir haben doch vier Millionen Mark in den Bau von Lagern gesteckt. Es gibt ein werkseigenes Arbeitsstraflager, ein betriebliches Schnellgericht und einen Werkschutz, der der Gestapo unterstellt ist. Wie widerspenstige Fremdarbeiter zu behandeln sind, dazu hat Röchling konkrete Vorstellungen. Liegen Verfehlungen vor, so müssen sie sofort konsequent verfolgt und streng geahndet werden. Nicht mal Handschuhe gaben sie uns. Im Winter waren die Werkstücke eiskalt gefroren. Und wenn wir sie anfassten, blieb Haut von unseren Fingern an ihnen kleben. Das tat sehr weh. Die vom Führer ernannten neun Pioniere der Arbeit werden von Reichsorganisationsleiter Dr. Lai beglückwünscht. 1944 ist das nicht die einzige Auszeichnung für Röchling. Kurz vor Kriegsende verleiht Albert Speer ihm das Kriegsverdienstkreuz. Im Dezember 1944 sind im Saargebiet die Amerikaner auf dem Vormarsch. Hermann Röchling setzt sich nach Heidelberg ab, lässt den Völklingen aber weiter produzieren. Die Amerikaner liefern sich im benachbarten Saarlouis einen Häuserkampf. Hermanns Sohn Karl Theodor bleibt mit einer Notbelegschaft auf dem Werksgelände. Am 17. Dezember 1944 machen Karl Theodor Röchling und der leitende Ingenieur Heinrich Koch einen Kontrollgang auf dem Hüttengelände. In der Nähe der geräumten Zwangsarbeiterlager werden sie ein letztes Mal gesehen. Erst Tage später werden ihre Leichen in einer Grube gefunden. Die Täter, wahrscheinlich ehemalige Ostarbeiter, werden im Januar 1945 vom NS-Sondergericht zum Tode verurteilt. Im März 1945 nehmen die Amerikaner das Saargebiet schließlich ein. Nur wenige Monate später übergeben sie es mitsamt seiner Industrie den Franzosen. Hermann Röchling wird kurz nach der deutschen Kapitulation in Heidelberg von den Amerikanern verhaftet. Nach verschiedenen Haftorten landet er schließlich im Gefängnis in Nürnberg. Wie viele Industrielle wird er von den Alliierten eingehend verhört. Röchling soll in Nürnberg gegen den Unternehmer Friedrich Flick aussagen. Beim Prozess lernt er Anwalt Otto Kranzbühler kennen. Dieser verteidigt hochrangige Nazis und Industrielle, unter anderem Alfred Krupp. Hermann Röchling ist von seinen Fähigkeiten angetan. 1947 wird Röchling an die Franzosen übergeben und nach Rastatt verlegt. Im Barockschloss ist das Kriegsverbrechertribunal für die französische Zone eingerichtet. Von März bis Juni 1948 stehen neben Hermann Röchling, Schwiegersohn Hans Lothar von Gemmingen, zwei Direktoren der Hütte und sein Großcousin Ernst Röchling vor Gericht. Dass man ihm zum zweiten Mal sein Vermögen genommen hat und sein Hüttenwerk in Lothringen zum zweiten Mal kassiert hat, die Saal abgetrennt hat von Deutschland, das alles hat ihn wirklich mit Wut geladen. Während seiner Haftzeit stirbt seine Frau Theodora. Mein persönliches Schicksal bedeutet in diesem großen Geschehen nichts. In meinem Alter, da ist man der himmlischen Justiz näher als der irdischen. Mag mich die brennende Liebe zu meinem Vaterland hier und da zu weit geführt haben. Ehrlose oder gewinnsüchtige Absichten, wie sie mir die Staatsanwaltschaft unterstellt, die hatte ich weiß Gott nicht gehabt. Ende Januar 1949 erfolgt der endgültige Richterspruch. Fünf Jahre Haft und Einzug seines Vermögens für Ernst Röchling. Drei Jahre Haft und Einzug der Hälfte seines Vermögens für Hans Lothar von Gemmingen. Zehn Jahre Haft, Vermögenseinzug und Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte für Hermann Röchling. Man weiß genau, dass er früher oder später die Kontrolle über sein Unternehmen zurückgewinnen wird. Daher haben die Franzosen sich gesagt, wir schaffen es nicht, diese großen Industriellen loszuwerden und die direkte Kontrolle über die deutsche Industrie zu erlangen. Wir müssen uns einen anderen Weg einfallen lassen. Und dieser andere Weg ist, es im Rahmen des neuen Europas zu tun. Das Saarland darf der Unternehmer nicht mehr betreten. Seine Hütte steht unter französischer Zwangsverwaltung. 1951 wird Hermann Röchling aus Rücksicht auf seine Herzkrankheit vorzeitig entlassen. Zwei Wochen später heiratet er die Witwe seines verachteten Bruders Robert. Hermann Röchling stirbt 1955 in Mannheim. Seine Asche kehrt ins Saarland zurück. Röchlings Kriegsverbrechen überschatten seinen Ruf als charismatischen Unternehmer kaum. Es wird noch Jahrzehnte dauern, bis eine Aufarbeitung von Verschleppung und Zwangsarbeit beginnt. Die Völklinger Hütte produziert noch drei Jahrzehnte. Die Technik veraltet. Die Stahlkrise bringt das aus. Der letzte Abstieg erfolgt 1986. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017